Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video hier auf meinem Kanal und heute geht es um die nächste Vorbildaufgabe, das wäre die Nummer 5 und diese heißt hier Zugänglich durch Verwendung des Emotes Locker Shuffle in einem Tanzlokal. Für die Aufgabe wird eine sehr hohe Stufe gebaut und zwar die Stufe 95, hier gibt es ein Locker Shuffle, das Emote braucht man auf jeden Fall. Und mit diesem Emote müssen wir auf jeden Fall in eine Runde rein. Wie die Aufgabe ja bereits gesagt hat, müssen wir zu einem Tanzlokal gehen und dieses Tanzlokal ist hier im Wintergebiet und zwar hier vor mir unten an der Stelle, wo ich gerade hinschaue, genau dort. Das ist so circa in der Nähe von Shifty Chefs. Von hier aus sehen wir das Tanzlokal schon mal ein bisschen besser und auf jeden Fall ist genau dort drin das Vorbildstück, deswegen landen wir ganz kurz hier beim Eingang, rennen wir ganz kurz rein, einmal die Tür aufmachen, dann hier die Tür nochmal aufmachen und da sehen wir schon, hier ist das Vorbildstück, das hier ist dann die Nummer 5 und wie gesagt, hier müssen wir dann auf jeden Fall dieses lockere Shuffle-Emote machen. Ich habe das Emote leider noch nicht freigeschalten, deswegen kann ich das Ganze gerade hier nicht machen, aber ihr seht schon mal, hier ist auf jeden Fall das Vorbildstück, das ist dann auf jeden Fall mitten auf der Tanzfläche. Auf der Karte wäre das dann genau hier bei diesem Tanzlokal und das wie gesagt in der Nähe von Shifty Chefs. Das war es dann auch schon mit dem neuesten Vorbildstück von heute, lasst mal ganz kurz den Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, bis dann und ciao.